Ja, so ein kleines Rennen. Sagen und schreibe Neuzfahrzeuge. Rammen! Rammen! Ja, und da ist natürlich dann doch etwas jetzt die Luft heraus. Ich weiß nicht, was da nun los ist. Das hat schon überholt, die dumme Kuh. Ach ja, hier wird mir gerade so fliert. Die Startnummer 71 stand also verkehrt, hatte sich verkehrt eingeordnet. Sie hat am vergangenen Sonntag einen Finallauf gewonnen und muss deshalb jetzt in die rote Gruppe, das heißt in die Gruppe mit den Runden sichern. Ja, hier kommt der Startnummer 71, Albert Pfeffer, der eben jetzt nach hinten geschickt wird. Und die blaue Alfred Pfeffer muss jetzt wohl von dem letzten Platz aus starten. Der Rollstart frei. Das bringt die Meile, meine Damen und Herren. Aber diese Fahrzeuge bitte umsächern. Die machen jetzt natürlich mächtig wieder auf. Und hier wird sich auch das aufgeschehen, ehe diese Brennenvorschläge spielen. In dieser Klasse muss natürlich sauber fahren werden. Sauber fahren heißen, nicht nur dem Regler Vorensprich, sondern die Fahrzeuge dürfen in der Runde nicht aufbauen. Die sind doch ähnliche. Auch nicht am Männleinzupfen. Ja, hier die Nummer 1, ich sage nur 1.35, dann die 454. Aus der Brücke aus, hat die 3.3 die dritte Position vor der 1.15. Und die 1.35 mit Schwierigkeiten hier. Ausgang der Fahrbahnhof. Aus dem Fahrzeug. Darüber geht es auch von der Wadab. Ich darf gespannt sein, wie lange das gut gehen wird. Die Manfred Malberg hier. Ja, und jetzt waren wir jetzt wieder so weit. Die 1.35 mit Manfred Malberg fast wieder von der Piste abgekommen. Und das sind nur 454 Uhr weg. Gregor, der versucht jetzt natürlich dort heranzukommen, aber die meisten Fahrzeuge scheinen etwa. Und das ist auch mal der süßere Meisterschaft, dass die ein Zuckerabschluss-Kennzeige hier. Der Scheißer leistet. Und das macht es natürlich der 454. Und das ist etwas leichter an diesem Schnellrager. Alles willkommen, ihr habt, wir sehen es immer wieder. Wenn es in die Kurve hineingeht, dann kann es auch ganz, 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 ganz klar. Also muss man durch Scheißer schlecht sein, denn er ist immer wieder in der Lage, um sich gerade einigen gewissen Vorsprung für sich auszufahren. Und das ist auch ganz, 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 ganz dicht beieinander hier bei Stab und Ziel. Die 93 hat den Anschluss gefunden. Und die Leute sind, der also jetzt hier ganz, ganz nicht bereit, und der hat jetzt seine Möglichkeit gehabt, und aber doch noch einmal abbremsen müssen, als die 454 dort auskommt, der Automatoren in leichte Schwierigkeiten gerichtet. Erst auf die 454, Autos sind vorweigegangen. Damit wollen wir uns wechseln, 21 Volt an und platzen zu. Also hier die 93 außen vorbei. Da bin ich die Stab und die 93 in Front des Felles. 354, die 54, zum Beispiel die Einfolge der der Zürcheriabendant. Auch wenn sie hier jetzt dürfen. Und das 4 und 5, 115 wird der Auszeit aus der 5. Position fliegen. Da kommt sie wieder nicht gut da. Er versucht natürlich an zu uns zu halten, er liegt noch hinten im Fahrwasser der 93 von Ronny Olsen und er geht hier die Pässe von diesem zurzeit für Rosenfahrer Romic. Die ersten Auswelle aus Rüben für das Weltlochmeer, die Sie hier in der Karte, das Ausgabe, die Fahrer ausseucht. Der Ausgang hier, der Fahrer, die Pässe von hier, die Pässe von hier, die 91 und die 135. Oh, da hat er hier ein leichter Dreh, ein schlechter, das der Fahrer ausseucht durch die 454. Ja, meine Damen und Herren, jetzt schauen Sie einmal, was wir hier in der Karte, die 133, was wir hier in der Karte jetzt abgenommen haben. Uwe Reger scheint kaum in der Lage, dieses hohe Tempo mitzugehen, Uwe Reger, der auch jetzt zurückgefallen ist auf den vierten Platz. Auf dem dritten Platz wird jetzt die Startung von 332, Jürgen Surmann liegen. Jürgen Surmann hier in diesem von gemarbenen Fahrzeug. Also zu sein auf Platz 3. Ja, hier kommt die Leute. Ja, hier kommt die Leute. Ja, hier kommt die Leute. Die 1912, zwischen Teilen die vorgerückt, auf die vierte Position. 1912 wird gefahren und hat eine Fliege. Ja, hier wird das Reiter abgeflackt. Die Fliege dieses Laufs dürften wohl eindeutig die 93 sein. Wir müssen natürlich abwarten, ob gegebenenfalls immer auf dieses Lennens hier, gegebenenfalls in beiden Parteiporten sind oder Ähnliches. Deshalb.